In Niedersachsen haben die Menschen seit ihrer Sesshaftwerdung bis ins frühe Mittelalter die meisten Gebäude aus Holz und Erde gebaut und selbst bis in die Neuzeit, die Fachwerkhäuser sind ja auch Holz-Erde-Konstruktionen am Ende. Sowas hält sich natürlich nicht. Wenn die Siedlung aufgegeben wurde oder die die Häuser abbrennen, dann bleiben nur noch die Bodenverfärbungen im Untergrund erhalten und die können wir in der Archäologie entdecken. Wir nehmen vorher wie mit so einem Käsehobel den Humus runter und unter dem schwarzen Oberboden können wir dann in dem gelben Untergrund Bodenverfärbungen erkennen, die wir dann hier in dieser Umzeichnung recht deutlich erkennen als Wandgräbchen. Wir sehen hier Pfostenstellungen und jetzt können wir uns auch ganz gut vorstellen, wie so ein Haus wohl ausgesehen hat. Wir haben hier mal unten so eine Grabungssituation nachgebaut. Da sieht man die Pfostenlöcher als graue Verfärbungen, die regelmäßig so in einer Linie wie die Perlen auf der Schnur sind, so ein Rechteck andeuten und dann kann man tatsächlich ein solches Haus rekonstruieren. Wir wissen, dass es Pfostenstellungen waren. Wir können auch sagen, dass die Wände aus Flechtwerk mit Lehm verputzt waren, weil einige dieser Häuser abgebrannt sind und dann hat sich der Lehm wie Ton festgebrannt. Das heißt, wir haben die Abdrücke des verbrannten Holzes von diesen Konstruktionen. In diesem Beispiel, das ist ein typisches prähistorisches Haus, haben wir auf der einen Seite Viehboxen und auf der anderen Seite, unten sieht man die Feuerstelle, auf der anderen Seite haben die Menschen also in solchen Wohnstallhäusern gelebt. von außen schäuern gelebt. Untertitelung des ZDF, 2020